Ja, da bin ich wieder zurück. Jetzt geht's weiter hier bei der Tynos Challenge und ich bin gespannt, was mich jetzt hier so erwartet. So, Moment, ich muss eben kurz auf mein Handy schauen und die Zeit stoppen. Ich muss ja ungefähr wissen, wie viel ich aufnehme. Oh, ach krass, brennendes Wasser und ja, wahrscheinlich hat jemand Öl ins Wasser reingetan und dann direkt angezündet. Okay, wie komme ich denn hier weg? Oh, wow, krass, das sieht ja geil aus. Äh, sorry. Hä, wie komme ich denn rüber? Hm, ich weiß nicht, ob ich da... Kann ich einfach ins Wasser? Ja. Ach. Na. So. Was erwartet mich hier unten? Oh! Eine Kugel. Hilfe. Ah, da ist eine Tür. Kann ich denn hier einfach raus? Nein. Kann ich hier raus? Einfach mal hier raus steigen. So. Stacheln. Mensch. Da wollte jemand, dass die Lara aufgespießt wird. Wie ein Schweizer Käse mit Löchern, ja. Ja. Oh. Oh. Nein. Verdammt. Ha. Oh, geil. Mann. Ach du Scheiße. So. Oh Gott. Bevor die... Ich dachte schon, das wäre es gewesen. So. Dann jetzt wieder hier rauf. Und dann hoffentlich... ...bitte nicht wieder sterben, Lara. Ähm, nein. Das wollte ich nicht. So. Oh! Boah, hab ich mich grad erschrocken. Oh ja, geil. Hm. So. Oh. Nee, ne. Boah. Seht ihr? Der Raum von unten. Boah, ist ja mal geil. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah. Okay. Ah, nee. Von da kam ich. Ja. Aber hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Ach. Ein Schalter. So. Betätige ihn bitte sehr, sehr schnell. So. Das ist, glaube ich, der schnellste Weg. Geht das nicht? Anscheinend nicht. Oh. Ja. Das war schon geil. So. Wo geht's hier hin? Frische Luft. Oh, da glänzt irgendwas. Wow. Schick, schick. Ich werde erst mal speichern. So. Speichern wir mal hier oben. Hm. Ich vermute mal, dass man da nicht reinlaufen darf, aber ich bin mal so mutig und tue es. Ach so. Na dann. Ah, sieht schon mega aus. Oh, da sind ja noch mehr Lichter. Wow. Und dann noch so geile Musik dazu. Wow. Darf ich hier rein? Ja, darf ich. Cool. Ah, diese Musik, äh. Muss ich mich direkt an meine Kindheit erinnern? Einfach nur schön. So. Buch? Was ist das denn? Ah, irgendein Bug. Äh, wo muss ich hin? Hm. Ähm. Yo. Was möchten wir machen? Okay. Hm. Ich habe keine Ahnung. Oh, die schöne Musik ist vorbei. Hä, was muss ich hier machen? Oh, warte. Na, ich muss... Ich schätze mal, ich muss da oben rauf, oder? Ja, aber wie? Wie komme ich hier rauf? Hm? Fragezeichen? Oder kann ich da hinten rauf, wo der Bug ist? Hm, gucken wir mal. Nee. Hä? Was muss ich hier machen? Muss ich hier irgendetwas machen? Äh, ich habe gerade keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr simpel, aber ich komme mal wieder nicht drauf. Was muss ich hier tun? Was muss ich hier tun? Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Hä? Äh. Was muss ich hier machen? Irgendetwas über sich. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Hä? Bitte was? Was muss ich hier tun? Ja, die ganzen Lichter schönen gut, aber... Was muss ich machen? Puh. Ich check das mal gar nicht hier. Hm. Das... Hä? Kann ich da... Nee. Hä? Was... ...muss ich hier machen? Oder soll ich hier noch nicht hin? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube... Ich gehe nochmal zurück, oder... Ist... Ich verstehe es nicht. Oh Gott. Hm. Ich höre hier irgendwo Feuer. Hä? Was muss ich hier machen? Ich verstehe es nicht. Ich bin zu dumm anscheinend. Ich glaube, ich schwimme nochmal zurück. Was... Muss... Was zur Hölle? Hm... Was muss ich machen? Muss ich vielleicht da drauf? Ich habe keine Ahnung. Das kann nicht sein. Was muss ich hier tun? Ist hier vielleicht irgendwo ein Hebel oder sowas? Da kann ich ja schlecht rein, oder? Hm. Hm. Hä? Okay. Ich bin sowas von ratlos. Hä? Äh, was muss ich machen? Ja gut. Jetzt bin ich wieder hier, aber... I don't know. I don't know. Ich verstehe das nicht. Liegt da denn irgendwas in den Lichtern? Ich bin so dumm, ey. Es ist bestimmt sehr offensichtlich, was man hier machen muss, aber ich kriege es mal wieder nicht gebacken. Oh, das ist ja schlimm, ey. So. Liegt hier vielleicht irgendetwas? Nee. Ich gehe jetzt mal jedes einzelne Licht ab. Kann ja nicht sein. Irgendwie muss man noch... Muschel. Muschel. Ach. Hm. Oh Gott. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Hin, hin, hin. Und wir gucken. Ich muss da bestimmt irgendwie hoch, aber... Ich seh keine Plattform, die irgendwie klein genug ist, dass ich da hochspringen kann. Oh, okay. Was ist das denn? Was ist... Klasse. Ja, ja. Geil. Ich hab's doch gesagt, ey. Es ist offensichtlich, aber... Ich krieg's nicht gebacken, aber... Jetzt hab ich's endlich gebacken bekommen, und... So. Gucken. Hm. So, dann geh ich mal auf den roten. Hm. Schafft sie das bis zum grünen? Ich hoffe es. Sieht nämlich ein bisschen weit aus. Aber sie schafft es. Laura schafft alles. Ah, kann ich hier vielleicht hochklettern. Ich speichere nochmal eben kurz. So. Mit Anlauf am besten. Okay. Okay. Anscheinend kann sie sich nicht dran festhalten. Load. Warte mal. Ich versuch das nochmal. Nee, geht nicht. Hm. Laden. Laden wir das nochmal neu. So. Okay. Vielleicht von der anderen Seite. Dann spring ich mal auf das gelbe Licht. Ähm. Ah, vielleicht muss ich auf das lila, ne? So. Oh Gott, das ist doch viel zu weit. Oder? Ich schaff die doch niemals. Warte, ich speichere mal eben nochmal. Gucken wir mal, ob die das schafft. Boah. Cool. Geil, geil, geil. So. Dann eben auf die gelbe Plattform hier. Und dann müsste ich eigentlich auf die Dingsbums hier drauf kommen, oder? So. Vielleicht nochmal hier kurz speichern. Ja, ich weiß, ich speichere oft, aber ich bin halt sehr vorsichtig. So. Das war mein Handy schon wieder. Moment. Ich rufe gleich zurück. Oh, dieses Geräusch nervt. Ja, ich rufe gleich zurück. Ist ja gut. Kann ich irgendwie hier rum? Hä? Ja, und nu? Und nu? Äh, okay. Lara ist tot. Lara ist tot. Ja, ja. So, dann lade ich das nochmal. Ähm, Leute, ich mach kurz einen Cut. Äh, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich musste eben kurz telefonieren. Und ja, jetzt kannst du ja endlich weitergehen. So, eben wieder die Zeit anmachen. Ja. Gut. Wie war das? Es hat irgendwie nicht geklappt. Ich hab auch keinen anderen. Oder muss ich in das Licht springen? Oh, Lara, bitte. Fall mir doch nicht runter. Homma. Nee, nee. So, dann werde ich mal ins Licht springen. Vielleicht klappt das ja. Nee. Es bringt rein gar nichts. Äh, so. Ja, ich konnte hier dran klettern, aber weiter hoch konnte ich nicht. Ich hab auch keine Ahnung, warum. Hm. Muss ich vielleicht hier nicht hoch? Warte mal. Ich spring mal zu diesem türkisen Block hier. Plattformatisch. Kann ich hier vielleicht hoch? Hm. Oder muss ich wieder hinten hin? Ah, ist alles so verwirrend hier. So. Einmal hier drauf. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Vielleicht muss ich da hinten hin. Wow. Fall mir nicht runter. Ah, ich guck mal da. Vielleicht muss ich ja da hin. Es blinkt und blinkt. So. Ich mache mal einen anderen Speicherstand. Ich nehme den einfach mal jetzt. So. Okay. Ah, nee. Oh, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Ich muss da bestimmt hoch. Aber wie? Ja. Muss ich noch herausfinden? Ich weiß nicht. Von hier aus? Das sieht so weit aus. Ich weiß nicht, ob die das sch... Ja, schafft. Schafft, schafft. Ich probier's mal. Okay. Sie hat's geschafft. Kann sie denn ganz raufklettern? Das wäre natürlich perfekt. Ich glaube nicht, oder? Oh. Klar. Sie kann ganz raufklettern. So. Dann mal eben looken, was da uns erwartet. Oh. Oh. Wow. Das ist ja mal geil. So. Save. Oh, das sieht so geil aus. Oh, wenn ich da hinschucke, dann ist da kein Licht. Aber wenn ich so mache... Ich renne einfach mal. Oh, cool. Den nächsten Teil geschafft. Ja, cool. Ja, krass. Das war schon mit Tinnos Challenge. Schade. Aber ja. Ich fand's hammergeil. Als erstes muss ich der Levelbauerin danken. Ja, weil ich finde, das hat die sehr, sehr gut gemacht. Und ich bin begeistert von der Tinnos Challenge. Auch wenn's ein bisschen kurz ist. Aber ich fand's doch recht cool. Und ich fand's auch mal cool, ein Custom Level von Tomb Raider zu spielen. Und ja, das war ja mein erstes Mal, dass ich ein Custom Level gespielt habe. Und ja, was soll ich sagen? Ich würd's sagen, dann sehen wir uns bei einem nächsten Custom Level oder bei einem nächsten Projekt. Bis dann, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.